ARD Text im Auftrag von Funk Nein, nein, bitte! Wo ist Macarow? Sags mir, dann kriegst du sie! Guter Kontakt, mein Name ist Volk! Wir haben Macarow nie getroffen Rede, du Wichser, rede! Nein, Paris! Er hat die Lieferung in Paris beaufsichtigt! Ach so, gut. Das hier ist für die Jungs in Erfurt! Schön gemacht! der verschlingt ja alles natürlich weil wir auch hier so einfach ich hätte so gerne wieder einen Scharfschutz ich bin hier kein Sniper wir müssen die zweite Landezone erreichen bevor der Strom kommt gehen wir hier von der Kraner hatte wo ist er denn? wo ist er denn? oh muss ich nicht die Arbeit tun wir sind auf dem Weg die an den Dächern sind die schlimmsten wo sind denn noch Fläche? oh das ist so sorry wir haben schon mehr viel Zeit los jetzt ja was machen die denn? hallo auf was wartest du? ja das ist logisch wie immer halt ne einfach reinballern wir werden schon welche treffen na toll jetzt muss ich da echt noch rein ja 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 wieder mit dem ah man ist ja auch total logisch die Mauer ja geblendet seitdem da stirbt ja die sind ja auch so gut geschützt so komisch total töten egal wo sie sind mein Gott die Suche ja jetzt stirbt doch alle wie hey nein die Nerven die zune wir fressen uns oben in ja was ist das man weiß ich nicht mehr weiter kundent wir sind bei der Landenzone wo sind sie? fast geschafft Ja natürlich, als fände es auch so leicht. Jetzt darf ich wieder Superheld spielen. Ja, das ist auch total logisch. Wir müssen von diesem Land runter. Los, schieß an! Wooi! Nikolai, hören Sie mich! Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Echo Team, Nikolais Vogel ist unten und der Sandsturm über uns. Wir brauchen Notfallevakuierung. Verstanden. Wir melden uns, wenn wir mehr wegen Nikolai wissen. Los, Leute! Wir müssen Nikolai vor Varabes Männern erreichen. Fahrzeug kommt! Unten bleibe noch weiter! Ach, ich sehe hier die Hand vor Augen! Seid direkt vor uns! Außer! Ja komm! Wir müssen auch helfen. Ich kann nicht die ganze Arbeit erledigen. Ich sehe nichts mehr! Alter, ich werde auch mal angeschossen! Nein! Krass, Mann! Boah! Da krieg ich doch ein Gänsehaut! Käpt'n Price, wir sind bei Nikolai! Stehen aber unter schwerem Beschuss! Nur uns halt, wenn wir mit FASTA! Wir wollen uns für Nikolai! Erledigen Sie! Ja, ne, ich treffe hier auch gar nicht! Total! Ganz so leicht, ne! Gesichert! Mann, wir müssen den noch kommen. Da ist Nikolai! Das Echo-Team ist festgenagelt! Los, los! Echo-Team! Nähe an unserer Profession Richtung Süden! Verstanden! Ja, ne, weil sie ja nicht schießen, Idiot! Coal, wir sind nicht gar nicht! Krass, Leute, echt! Flas, Männer! Mal schauen, wir machen da mal einyquent! Ok, wirklich. Dann an TRUSCH priorisieren wir uns noch mal einwürdigesint. Also an Tom, daoll idiotsinten die isolated viele Gäste größer! Okay, wir sollen das auch mal raus gewesen! Was geht schief? Ja, worauf ich warte? Wir sind unterwegs zum Evakuierungspunkt. Komm, schnell, das schaffen wir. Man kann ja auch nicht... Oh, man kann sogar sagen. Wir schaffen das! Schaffen wir das! Wir schaffen das! Los, komm schon! Wir müssen los, Wolke! Los! Ich kann jetzt garantiert mich schießen! Sehr gut! Hier! Oh, war das knapp! Das war jetzt richtig knapp, Leute! Oh! 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 Gelder Frost! Identifizieren Sie sich! Zugangscode Black Viking! Geben Sie mir eine sichere Leitung zu Metal 01! Price! Danke für den Tipp wegen Kickfish! Übrigens hat Onkel Sam eine Belohnung auf deinen Kopf ausgesetzt! Die sollen sich hinten anstellen! Volk! Makaros Bombenbauer ist in Paris! Wir müssen handeln bevor er untertaucht und ich schaff das nicht! Ich kann nur dir das anvertrauen! Pegato! Dieser Bastard hat die Massenvernichtungswaffen über Fregator Industries verpflegen! Ich besuche euer europäisches Hauptquartier! Französische Sondereinheiten haben Volk gefunden! Die GIGN hat ihn weit hinter den feindlichen Linien aufgespürt, wird aber festgenagelt! Und wir sollen sie entnageln? Kümmern Sie sich um das Ziel, aber wir brauchen Volk lebend! Ja, wir müssen wieder die Drecksarbeit machen! Wie immer! Der nasse Sack! ...Romeo 595! Zivilisten im Lobre sind tot! Fordere Dekontaminierungseinheiten und Sanitäter an! 595! Hier Overlord! Negativ! Alle US-Druppen in Paris werden gebraucht! Überprüfen diese Zivilisten und bewegen ihr Team aus der Wolke! Hier ist noch alles vom Chemieangriff verseucht! Die Masken auflassen! Truck! Wir sind jetzt in Bewegung! Roger! Binnen einer Stunde an der Landezone! Viel Glück! Oh mein Gott! Metal 01! Die GIGN ist im Palme d'Or Restaurant festgenagelt! Drücken Sie dort hin vor! Nur so können wir Makarov überhaupt finden! Roger wird gemacht! Klingt als wäre 595 übel getroffen! In der Einheit sind viele Grünschnäbel! Heute ist niemand ein Grünschnäbel! Da wäre ich mir nicht sicher! Hallo! Ups! Wollte ich jetzt nicht! Aufpassen! Die GIGN erleidet schwere Verluste! Die halten nicht mehr lange durch! Beeilung! Sonst schaffen Sie es nicht mehr zum Treffpunkt! Stellen Sie mich durch! Hier ist Schreiber! Wie lang genug? Drei Minuten! Falten Sie Ihren Perimeter! Wir sind fast da! Verstand in Bewegung bitte! Los jetzt! Hier entlang! Bewegung! Schrozen in Sicht! Gebäude auf der anderen Straßenseite! Punkt los! Die Treppe runter! Oh! So! Durchrushen! Natürlich! Achso! Doch nicht! So! Ich mache es natрем! Aufpasst! Dann kommt vor dem Herbst! Wir brachen! Schrozen dort vor! Angst? Ich脅 corporatorisch! da kommen die schüsse ich sehe da gar kein muss ich die scheiß Untertitelung des ZDF, 2020